Ja, grüß euch! Bei Alda und Sittendorf ist es mir so lange gegangen. Bei Alda eher ein wenig schlechter in Sittendorf, dann schon besser, vor allem im zweiten Lauf, Start Bruna und dann ziemlich lange am dritten Stöck fahren. Das hat schon gepasst. Heute in der Quali hat es mir nicht so getraut. Extrem viel Verkehr war und ziemlich ausspurig. Aber für das hat der sechste Block schon gepasst. Und jetzt schauen wir dann auf den ersten und zweiten Lauf. Das Ziel ist definitiv der Top 3 wieder. Und freu mich auch!